Die Zerstörung des Tempels Das war das jüdische Jahr 3338 Und hier hinten haben wir die Zerstörung des Tempels Nach dieser Rechnung ist das das Jahr 69 nach Christus Das Jahr 3829 Und das sind genau 490 Jahre So ist es zumindest im Talmud vermerkt Nach profaner Zeitrechnung sind das aber 655 Jahre Und somit 165 Jahre Differenz Und das nennt man die fehlenden Jahre Weil die Autoren des Talmud die Zeit der Perserkönige verkürzt hat Und die profane Zeitrechnung darauf angepasst hat Und so entstehen diese 165 Jahre Differenz Die man die fehlenden Jahre nennt Die Talmudische Zeitrechnung passt also nicht überein Mit der profanen Zeitrechnung Die Pharisäer gehen davon aus Dass sich diese Frist aus zwei Abschnitten zusammensetzt Einmal 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft Und einmal 420 Jahre In denen der zweite Tempel gestanden haben soll Das macht dann zusammen diese 490 Jahre Nach Talmudischer Zeitrechnung Diese ersten 70 Jahre Sollen angeblich in Jeremia 29 erwähnt worden sein Und müssen nach dieser Denkvorstellung Dann aber im Jahr 586 begonnen haben Und nicht im Jahr 604 vor Christus Wo die Eroberung Jerusalems war Im jüdischen Jahr 3320 Nach profaner Zeitrechnung war das das Jahr 605 vor Christus In dem Jahr ist auch Jeremia 25 geschrieben worden Aber wir gehen ja hier von der Talmudischen Zeitrechnung aus Und da ist das das Jahr 3320 Das entspricht dem Jahr 604 vor Christus Und jetzt kommt der Trick in der Talmudischen Rechnung Denn um innerhalb der 70 Jahrwochenordnungen Die ersten 7 Jahrwochen bis Kyros rechnen zu können Müssen sie im Jahr 604 vor Christus beginnen Und wenn man dann 49 Jahre rechnet Dann kommt man ins Jahr 555 vor Christus Von dem die Talmudisten behaupten Dass da Kyros gekommen wäre Wenn man sich da aber eng an die Bibel hält Und das Jahr 605 vor Christus Als profanes Jahr einsetzt Dann kommt man ins Jahr 556 vor Christus Kyros soll angeblich ab dem Jahr 559 vor Christus gekommen sein Das ist aber nicht ganz gesichert Weil die Zeiten da sehr verworren waren Und man schätzt, dass er König wurde Zwischen dem Jahr 559 und dem Jahr 550 vor Christus Sodass diese biblische Zeitspanne da durchaus reinpasst Wenn die Bibel sagt, ausgehend vom Jahr 605 7 Jahrwochen, also 49 Jahrwochen zu rechnen Dass man dann ins Jahr 556 vor Christus kommt Das liegt zwischen dem Jahr 559 und 550 vor Christus Das würde also in der profanen und in der jüdischen Zeitrechnung passen Aber die Pharisäer müssen dieses Jahr 604, so wie sie es ansehen Verwenden, um bis auf Kyros rechnen zu können Denn Kyros ist ja auch in Jesaja angekündigt worden An dieser Prophetie können sie nicht vorbei Und deswegen brauchen sie eine zweite Frist Das sind die Pfeile, die hier rot eingetragen sind Denn dann müssen sie auch eine zweite 70-Jahres-Frist einfügen Und die soll dann auch im Jahr 604 vor Christus beginnen Und reicht dann bis ins Jahr 534 vor Christus Bis zu dem Edikt von Kyros im jüdischen Jahr 3390 Das ist der Grund dafür, warum die Talmudisten Zwei Fristen von jeweils 70 Jahren annehmen Nämlich eine Frist vom Jahr 604 aus Von der sie sagen, das wäre die Frist, die in Jeremia 25 beschrieben ist Und eine zweite Frist von 70 Jahren Von der sie sagen, dass diese Frist in Jeremia 29 erwähnt worden sei Damit sie diese zweite Frist von 70 Jahren addieren können Mit ihren 420 Jahren Um dann auf 70 Jahrwochen zu kommen Die dann angeblich von der Zerstörung des ersten Tempels Bis zur Zerstörung des zweiten Tempels reichen Funktioniert aber nur, wenn sie die profane Zeitrechnung abändern Und 165 Jahre daraus streichen Daniel soll dann im Jahr 3389 nach profaner Zeitrechnung Im Jahr 535 vor Christus Die Prophetie von dem Engel Gabriel empfangen haben in Daniel 9 Aber in der Bibel steht, dass das das erste Jahr des Darius war Das war eigentlich das Jahr 539 vor Christus nach profaner Zeitrechnung Hier bestehen also auch Differenzen Und ganz am Ende dieser 490-Jahresfrist Vororten die Pharisäer dann die 70. Jahrwoche Die dann im Jahr 62 nach Christus begonnen haben soll Und bis ins Jahr 69 nach Christus gereicht hat Und während derer die Römer nach rabbinischer Vermutung Den hohen Priester oder die Priesterschaft ausgerottet haben Dann schauen wir uns das im Detail mal an Der Prophet Jeremiah in Jeremiah 25 Vers 12 Sagte die Zerstörung Babylons nach einer Periode von 70 Jahren voraus Die Prophetie begann als Babylon Jerusalem im Jahr 3320 604 vor Christus unterwarf Und gipfelte in dem Aufruf des Kyros Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen Jesaja 44 Vers 28 bis Jesaja 45 Vers 1 im Jahr 3390 Das ist das Jahr 534 vor Christus Dann steht hier Nebukadnezar der König von Babylon Zerstörte den ersten Tempel im Jahr 3338 18 Jahre nachdem er Jerusalem erobert hatte im Jahr 3320 70 Wochen von Jahren Gabriel beginnt seine Prophetie an Daniel in Daniel 9 Vers 24 Mit der Offenbarung, dass 70 Wochen 490 Jahre über das jüdische Volk und Jerusalem verordnet sind Nach denen das messianische Zeitalter beginnen kann Die folgenden Verse beinhalten eine detaillierte Beschreibung dessen Was während dieser Zeit vor sich gehen würde Diese Periode dauerte von der Zerstörung des ersten Tempels Bis zur Zerstörung des zweiten Genau 490 Jahre Von 3338 bis 3829 586 vor Christus bis 69 nach Christus Sieben Wochen von Jahren Gabriel verhieß Daniel, dass nach vollen sieben Wochen 49 Jahren Gezählt vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem zerstört werden sollte Daniel 9 Vers 2 Ein gesalbter Fürst dem jüdischen Volk den Befehl erteilen würde Zurückzukehren und Jerusalem wieder zu bauen Daniel 9 Vers 25 Tatsächlich befahl Kyros Den Gott als seinen Gesalbten bezeichnet Jesaja 45 Vers 1 Nachdem ein halbes Jahrhundert vergangen war Den Juden zurückzukehren und Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen Jesaja 44 Vers 28 bis Jesaja 45 Vers 1 und Vers 13 Esra 1 Vers 2 bis 3 Zweite Chroniker 36 Vers 22 bis 23 Hier sehen wir eine eklatante Abweichung vom biblischen Text Denn hier werden die vollen sieben Wochen, die 49 Jahre Gezählt vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem zerstört werden sollte Das stimmt nicht, die sollten gezählt werden vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde Das ist also eine deutliche Abweichung vom Bibeltext zugunsten der talmudischen Auslegung 62 Wochen von Jahren In Daniel 9 Vers 25 offenbart Gabriel Daniel, wie Jerusalem für fast viereinhalb Jahrhunderte wieder gebaut sein würde Mit Straßen und Plätzen Gabriel ergänzt jedoch, dass die heilige Stadt während dieser 62 Wochen kummervolle Zeiten durchleben müsse Dementsprechend war die Zeit des zweiten Tempels angefüllt mit geistlichen und politischen Turbulenzen In Daniel 9 Vers 26 offenbart der Engel, dass die 62 Wochen mit zwei entscheidenden Ereignissen enden würden Erstens, ein Gesalbter, der hohe Priester, würde ausgerottet werden und seine religiöse Funktion verlieren Zweitens, das Volk eines Fürsten, die Legionen des Vespasian und des Titus, würden kommen und die heilige Stadt und sein Heiligtum zerstören Diese beiden tragischen Ereignisse geschahen gleichzeitig, kurz nachdem die 434 Jahre oder die 62 Wochen abgelaufen waren Sieben Jahre bevor der zweite Tempel zerstört wurde, erlaubten die Römer den Juden Opfer zu bringen Diese Vereinbarung wurde dennoch gebrochen, als Nero Vespasian sendete, um im Jahr 66 n. Chr. das jüdische Leben in Jerusalem zu zerbrechen Dreieinhalb Jahre bevor Titus den Herodianischen Tempel im Jahr 3829, das ist das Jahr 69 n. Chr. schleifte Daniel 9, Vers 27 Im Jahr 3390, 534 v. Chr. durchdachte Daniel zwei Prophezeiungen, in denen Jeremia vom Ende Babylons nach 70 Jahren sprach Jeremia 25, Vers 12 und 29, Vers 10 Obwohl beide der 70-Jahres-Prophetien das Ende des Babylonischen Reiches vorhersagten, sprach nur die zweite Jeremia 29, Vers 10 Von der Rückkehr des jüdischen Volkes ins verheißene Land Als Daniel beide Texte las, unterstellte er fälschlicherweise, dass beide 70-Jahres-Prophetien von einer identischen Zeitperiode sprechen Dieses Missverständnis ließ ihn drei falsche Schlussfolgerungen ziehen Erstens, dass der Zeitpunkt, von dem die 70 Jahre auszurechnen waren, beide Male das Jahr 3320, also 604 v. Chr. war Als nämlich Babylon Jerusalem eroberte Zweitens, dass beide Prophetien 70 Jahre nach Jerusalems Eroberung im Jahr 3390, das ist das Jahr 534 v. Chr. enden mussten Als Darius der Meder den Thron bestieg Drittens, weil die zweite Prophezeiung in Jeremia 29, Vers 10 von der Wiederherstellung Israels nach 70 Jahren sprach Schloss Daniel daraus, dass der zweite Tempel sicherlich im Jahr 3390, also im Jahr 534 v. Chr. gebaut würde Im ersten Jahr Darius des Meders Als Daniel merkte, dass das Jahr 3390, also 534 v. Chr. kam und dennoch kein Anzeichen für die bevorstehende Erlösung zu sehen war, wurde er zutiefst beunruhigt Er dachte, dass die Sünden der Juden das Datum verschoben oder schlimmer noch, annulliert haben könnten Dieser schreckliche Gedanke veranlasste Daniel für die Wiederherstellung Jerusalems und des Tempels zu fasten und zu beten Daniel 9, Vers 4-20 Daher sollte Daniel in diesem Kapitel darüber unterrichtet werden, dass die beiden Prophetien Jeremias tatsächlich nicht identisch sind, sondern sich jede auf eine andere, überlappende 70-jährige Periode bezieht Während sich die erste Periode in Jeremia 25, Vers 12 auf 70 Jahre ausgehend vom Jahr 3320 bezieht, als Jerusalem unterworfen wurde sollte die zweite Periode, die die Rückkehr Israels verhieß, Jeremia 29, erst 18 Jahre später beginnen Um also genau bestimmen zu können, wann der zweite Tempel gebaut werden würde, sagt Gabriel Daniel, dass er die Zählung der 70 Jahre vom Ausgang des Wortes beginnen müsse und es das Wort Jeremias sei, das von der Zerstörung Jerusalems im Jahr 3338, also 586 vor Christus, handele Daniel 9, Vers 2 Tatsächlich wurde die Prophetie der Wiederherstellung, Jeremia 29, Vers 12, im Jahr 3408, also 516 vor Christus, erfüllt, 18 Jahre später, als von Daniel vermutet Ja, jetzt haben wir mal einen Überblick bekommen von dem, wie die Rabbiner die 70 Jahrwochen auslegen Es ist natürlich sehr kompliziert, das auseinanderzuhalten, weil sie die profane Zeitrechnung abkürzen Sie nehmen 165 Jahre aus dieser profanen Zeitrechnung raus, um mit ihren 490 Jahren, die sie ansetzen zwischen der Zerstörung des ersten Tempels im Jahr 586 vor Christus und der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70, beziehungsweise nach ihrer Rechnung 69 nach Christus, hinzubekommen Dazu müssen sie die ganzen Zwischenjahre löschen Das widerspricht natürlich den archäologischen Befunden, den Nabunait-Chroniken und all diesen Dingen, die gefunden wurden im Nahen Osten Man sieht also, diese Deutung und diese Zählung dieser Jahrwochen steht genauso auf tönernen Füßen wie das, was allgemein in der evangelikalen Welt transportiert wird Ich wollte das dennoch kurz zeigen, damit man einen groben Überblick hat darüber, wie die beiden maßgeblichen Deutungen der 70 Jahrwochen sind Ich denke, man kann die dann dem gegenüberstellen, was ich gezeigt habe, dass man beide Fristen, die ersten sieben Jahrwochen und die 62 Jahrwochen beide vom Jahr 605 ausrechnen muss und dann zu Kyros kommt und zu Antiochus Epiphanes die beide Vorbilder und Abbilder dessen sind, was in der Endzeit kommen wird diese beiden Charaktere nicht in Persona, die werden nicht sterben und wieder auferstehen, wie manche ja vom Antichristen vermuten Das sagt die Bibel nirgendwo, dass es so ein Ereignis geben würde aber es wird in der Endzeit politische Kräfte geben, die genau dem entsprechen, wer Kyros war und dem entsprechen, wer Antiochus Epiphanes war Das ist noch deckungsgleicher, als wir uns das vorstellen können Und wir schauen uns in dem nächsten Clip mal an, was Daniel 29 tatsächlich gesagt hat, was das ganze Kapitel enthält Der Rabbi sagt ja auch ganz richtig Kontext, Kontext, Kontext in seinem Clip und das machen wir dann auch mit Jeremia 25 Da läuft es einem kalt den Rücken runter, denn Jeremia 25 beschreibt Hamageddon Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet Ich wünsche bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis bald Gefallen Tiochus Gefallen Tiochus Untertitelung des ZDF, 2020